Heyho! Willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Es geht weiter mit Bufir, Dendro und der Velko. Was ist das? Ich komme damit klar. Wenn du in der Zonung der Zonung wirst, kannst du eine Extremes Unfehlungen erleben. Wenn es zu viel zu viel ist, zurück nach der Zonung und fass dich. Es könnte sein, um Leben und Todes. Bereitsst du dann? Los geht's! Erstens, wir müssen alle Brände auf die Zonung der Zonung der Zonung. Ehh, da ist da. Ouch, okay. Okay. Ich bin froh, dass ich das hier habe. Ich besiege mal ganz kurz die Dinger hier, ne? Ich finde diese Dendrogramma, oder wie auch immer man das hier nennt, die sind hier mega stark. Weil sobald ich hier irgendetwas damit treffe... Ähh... Schießt's auch noch so ein Ding dahin. Okay, näher ran. Wir gehen mal in die Richtung. Und schießen das da ab. Okay, wir brauchen die Dinger. Okay, wir brauchen die Dinger. Dann kann ich nochmal... So. So. Nein? Muss ich näher ran? Okay, so sorry, ich war blöd. Ja, aber kommen nicht normalerweise Gegner? Ja? Ja. Ja. Dankeschön. Wir konnten schnell diese Dinger zurückkommen zu normalen. Ähm... Tainari? Du hast es so, dass wir gut gemacht haben. Aber warum hat Paimon das Gefühl, dass du etwas Angst hast? Es ist so klar, oder? Ich habe einfach nicht mehr Zeit, wenn uns doch mal von der Mitふrkaufeln. Ja? Okay. Wir sind, was doch folgt, dass großartige Dinger ist. Die Mitふrkaufeln ist aber nicht, dass wir schnell ausgedrücken können. Wird ist nicht mehr Zeit, dass hier noch etwas ausgedrücken. Wir haben und die Mitふrkaufeln soll. Aber ist viel länger schwer als das. Die Mitふrkaufeln ist eher ein Sch CC. Die Mitふrkaufeln ist, ist erschöpft, auf die Ränenforschte selbst. Widerstand einwiegen. Die Mitふrkaufeln ist, das ist noch kein Mitふrkaufeln. Und woher kommt dieses Withering? Und woher kommt dieses Withering? Und woher kommt dieses Withering? Es ist also eine Withering, eine Verwirkung des Menschen, der Haut. Das heißt, wir können Collier retten. Was auch immer die Welkung auslöst, löst auch Collieres und allgemein allen Leuten diese Krankheit Eleazar aus. Denk ich mal. Gibt es nicht eine Möglichkeit, die Verwirkung endgültig loszuwerden? Nein. Die Verwirkung wurde in Sumeru seit millennia. Es ist gesagt, dass es aus den Gefahren der Welt originiert. Hä? Unser Traum? Aber... By the way... Habt ihr schon von Ermansol gehört? Nein. Ermansol ist ein Baum, das tief unter der Zürfnis liegt. Obwohl es nicht wie ein Baum, das wir in einem biologischen Sinne kennenlernen. Man kann es eigentlich als ein großer Baum, das aufgeräumt, sondern aufgeräumt. Hat das was mit diesem Traum von uns zu tun? Ich bin sicher, dass ihr von Leylinen gehört habt, oder? Ja. Sie sind wie die Rüten von Ermansol. Sie spreaden und extenden von einer massiven Kaverne, tief unter der Zürfnis, all den Weg nach der Zürfnis. Hm. Die Erde durchzieht. Riesiger, hoher Raum. Das sieht wenigstens aus wie das, was ich sah, als ich das Bewusstsein verlor. Das sage ich ja. Die Leylinen absorbieren die Ermansol, die dann in Ermansol in Ermansol, um es zu Verwirkung und Wissen von älteren Zeiten zu präsenten Tag. Ah, es macht Sinn, dass es was mit Sumeru zu tun hat. Der Dendro-Archon ist der Gott der Wissen, weil ihre Bewusstsein direkt an sie verbunden ist. Es wird auch gesagt, dass der Dendro-Archon Kraft von Ermansol eine Manifestation von Ermansol ist. Das heißt, wenn die Kraft von dem Archon verschwindet, kann das vielleicht auch die Verwirkung hervorrufen? Und als für die Witterung. Seine Erwirkung ist zu einer Krankheit, die ihn verfolgt. Ermansol ist krank? Das ist richtig. Meine Ancestor haben das von dem größten Herr Rukadevatta ein lange Zeit gelernt gelernt. Aber sogar diese mysteriösen Kreaturen wussten nicht, dass sie eine Kür für Ermansol nicht wussten. Was hat sie denn für ein Familiär? Ich glaube, das werden wir bestimmt schon schaffen. Okay. Das ist genug an diesem Thema für den Zeitpunkt. Jetzt, dass wir hier Dinge aufhören, ist es Zeit, um uns zurück zu Gondarvaville zu gehen. Also wenn wir es nicht aufhalten, dann werden wir wenigstens die Ursache dafür finden. Ich bin mir sicher, dass eins von den zwei Sachen eintreten wird. Und jetzt auch der ganze Weg wieder zurück. Ja, ich schneide den Weg für euch. So. So, da wären wir. Äh... Oder nicht? Doch da. Wir sind zurück. Oh, Tainari. Oh, Tainari. You all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No. Huh. Wait. Is that...? Ein Vogel. Pelikan. Papagai. Oh, no. Hapasia. Hapasia. Was? Huh? What's wrong, Tainari? Oh, no. This Duskbird is Hapasia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? Uh, so did something happen? Let me see what's written in the letter first. Hmm. Oh, pfff. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Huh? Uh, all Paimon sees are three squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hapasia's cave to Gundarvaville, Hapasia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly three days since she's had anything to eat. And it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for three days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously, because this has happened before. Last time she drew five lines. And by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hapasia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? Uh, but will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? No, it's not. But wait, how did you know that he'd be okay this time, Kainari? Back when we were clearing the withering zone, I observed that he could adeptly manipulate the dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, what I was telling you two about Ehrman Sol's Leylines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? You mean, my hallucination? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Okay. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tavat. Okay. My forefathers were shown much favor by greater lord Ruka Devata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Okay. Warum wollen die eigentlich alle, dass ich die rette? Also ich meine, klar, wir sind der Protagonist und das ist natürlich unsere Story. Aber ich meine, die Erklärung dahinter verstehe ich nicht so ganz. Okay, wir haben in Monstert geholfen, klar. Und dann plötzlich in Liwa halt auch irgendwie geholfen. Und in Nasuma dann auch irgendwie geholfen. Okay. Aber hä? Leute, ihr kennt uns doch nicht mal so wirklich. Warum gebt ihr uns direkt die Verantwortung für ein ganzes Gebiet? Okay. Aber okay, ich mach's natürlich gerne, ne? Also natürlich hätte ich niemals Nein gesagt. Jetzt, nachdem ich dich in Aktion mit meinen eigenen Augen gesehen gesehen habe, hast du meine Hoffnung gewonnen. Und ich fühle nicht mehr die Neue, dass ich von dir keine Zeugen von dir abhauen. Ah. Was genau hab ich denn vorhin gesehen? Okay. Okay. Und warum will Erminsoll mit uns ne Verbindung machen? Okay. 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 Was kommt jetzt? Ah. Lass uns einfach warten. Ach, die Notration wahrscheinlich, ne? Danke. Danke. Ähm, beinhaltet die Nachricht bei dir auch ein paar Striche? Wie antwortet man auf drei Striche? Mit einem Kreis? Nein, drei? Äh. Gehen wir mal. Da hinten hin. Habe ich hier nicht irgendwo. Ach. Yeah. Da unten auch noch. Okay. Das war's dann wohl. Aber nicht mit der Folge, oder? Ah, der hat gesagt, die sollte immer noch in der Höhle sein. Das habe ich gemacht, dass eine halbe Stunde vergangen ist. Auf jeden Fall war's das mit dieser Folge von Genshin Impact. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dr. Bis zum nächsten Mal.